mehr ist wirklich cool ich hab da immer ich hab da irgendwie kein nerv für die ganze zeit ranzusetzen das auto da das mache ich auch nicht ich klatsch einfach auf was mir gefällt okay so kann man es auch sagen ich klatsch einfach auf wo es mir gefällt ich klatsch einfach auf wo es mir gefällt konzentrieren bei dir jedenfalls ich hab noch null anfangs glück mal wieder ja glaub mir mein boost passt zu mir leider nicht immer noch null noch keine ball berührung alles klar ich bin useless ja schön sehr gut ach da ist es ja das nicht das hast du dir gönnt aber krass dass du erst bei dem lied gesagt hast ja das nämlich weil vorher waren auch noch andere die waren jetzt auch nicht aber das erste von kogen was ich mitgekriegt habe heißt die anders genau ich nix englisch ja weil der mit der weg die hauen hat ja guck sie an ganz toll hast du das gemacht so auch ich habe gedacht du du liebst jetzt also ich doch ja auch geil wie sagt ich weiß immer noch nicht die kann so richtig in der luft drehe deswegen ich wünschte ich könnte das zumindest diese drehe reiter ich wünschte ich könnte so spielen wie die in der luft immer dann normalen naja genau so was ja aber schon mal überhaupt in der luft einfach hier also wenn du dann gerade fliegt und dann auf diese drehung dabei machen weißt du so dass du dann irgendwie verschiedene winkel hast verschiedene linke wieder schießen kann ich glaube ich habe hier angehen können da machte selber also hörst du hörst du eigentlich auch deine tormusik was höre ich deine tormusik ja die höre ich da gibt es einen knopf dass du nur hören darf hören kannst was nicht verboten ist auf youtube quasi irgendwie raus dass wir gerade total das ist nicht verboten scheinbar nicht aber nett entschuldigt jetzt ist wieder besser aber du hörst dich dumm an keine ahnung was das ist jetzt kommt es wieder mache ja gut ja jetzt scheinbar wieder besser da müsste ich mal geld investieren über was können gibt ja eigentlich schon einfache headsets die man sich theoretisch leisten könnte du hast jetzt das playstation eigene oder was auch allgemein aber auch jetzt nicht so was jetzt mal welche sehen hatte aber die sind ja jetzt auch vom tragekomfort naja da kann man jetzt nicht sowas erwarten wie so sony irgendwas und sowas hier also diese wmx da und vom brot oder sonst was das wäre eigentlich geiler wenn man das dafür nehmen könnte müsste eigentlich oder weil ich das schon mal gefahrt das irgendwie aufgehen würde muss es ausprobieren wenn ich mich eigentlich müsste ich mich doch mit dem sony verbinden können mit meinen kopf hören das müsste doch eigentlich auch funktionieren ich weiß nur nicht wo ich mich da anschließen weil ich habe ja kein lieber lieber in ganzem muss man überlegen aber ich hab doch ein lade ich hab doch ein ladedings ne schade schade also ich bin jetzt wirklich dafür dass wir aufhören weil das war so ein guter scheiß muss ich mal reingucken habe ich nicht das ladeteil dafür da habe ich nie noch mal aufgeladen ich hab dich schon lange nicht mehr benutzt ist ja beides da ist ja klinken anschluss aber eine klinge ist dann das ist ja easy peasy aber wie wie connect richtig bräuchte er jetzt usb c2 usb c eigentlich ich glaube das habe ich sogar aber kann schon mal start machen ich muss überlegen ich das habe usb c ich habe doch eins habe ich da auf jeden fall gehabt dann wäre das natürlich endgült nach hier ich habe eins kann gleich mal austesten geht los ja aber ich meine ich hätte da schon mal nachgeguckt und da stand drin dass man die Kopfhörer nicht verbinden könnte aber dass das nicht kompatibel ist ah das ist scheiße in hinten wieder ich fliege an da und wir machen jetzt mache ich jetzt machst du ja alles klar das war wieder was dann hat er auf mich schon die freut wie du wieder auf die tasten darauf hämmerst das hört sich das so gut hörst ey ja ich will es auch nicht ich höre jedes einzelne klack aber richtig krass da muss ja irgendwie über das mikrofon kontroller was rüberkommen sonst geht er gar nicht und jetzt war ein tor scheiße oder nein 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 oh gott habe ich der kommt gut ja gerade ach an 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 Ach oh schweine j toes dass hier nicht er ist Ruts ja schweine hat er doch okay es ja die TB die die ich geh ja zu schwach sind ja schön verteidigt ich gehe hinterher ja ja ich wollte ihn so knapp reinbringen weil ich gemerkt habe er ist doch auch knapp 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 Ja. Scheiße. Naja, bleib ich mal weg. Hoch zurück. Auf. Hoch. Weiß nicht, ob der auch gegen Pfosten gegangen will, aber... Mist, das kann doch nicht sein. Extra den Booster holt. Scheiße. 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 Dribbeln hier. Fuck. Ja. Ja. Glück gehabt. Ja. Geil. So nämlich. Ja, da kommt wieder Scheiße. Hab weggebums, alles gut. Sehr gut. Ich mach. Ja, der kommt schön. Der kommt gut. Sehr gut. Keil. Hat mir gefallen. Boah, schade. Geht mir richtig aus. Defens. Hab ich. Ja, Abfaller vielleicht. Oh, hätte ich hinterher gehen können, aber... Oh, goll. Alter. Ne, komm. Das wird nicht mehr besser in den nächsten Spielen. Oh, ihr haben OBG. Du ehrlich, ich will eigentlich nicht mehr. Es kann nur schlechter werden. Wirklich. So gut, wie man die jetzt getroffen hat hier, also... Unpassbar. Aber wir sind doch noch unranked, ne? Hm. Mh... Okay.